Moin Leute und herzlich willkommen hier zurück auf der Schaul. Ja, wie ihr seht, ich habe mich dazu entschieden, dass wir erst GPS-Hexe, dann die Ballen weiter weg räumen, weil es ordentlich regnet. Ich fand das auch komisch, dass die Pflanzen jetzt so komisch aussehen, aber es kommt genug runter, also von daher passt das. Wenn man so guckt, die Pflanzen, die stehen ja nicht dicht, ne? Ja, das ist ja wirklich minimal, aber wenn du hier guckst, und es ist die vorletzte Wachstumsstufe, und deswegen wechseln wir jetzt runter mit dem Zeug. Was wir fertig haben, haben wir fertig, da brauchen wir uns nicht mehr drum kümmern. Und deswegen machen wir das jetzt ganz einfach. Ich denke, einmal rum bin ich jetzt eben gefahren, aber war der Wagen voll. Ich finde, das ist ein guter Ertrag, eigentlich in der Hinsicht. Da kann man nicht meckern. Besser wie Gore nichts. Und wir haben für den Winter Silage, das ist ja auch wichtig, ne? Wir brauchen die halt, und je länger wir warten, desto weniger ist sie fertig gegärt. Das ist ja das Problem an der Geschichte. Wir können ja jetzt immer warten, warten, warten. Und die Silage ist zum Winter, wenn wir sie brauchen, nicht fertig. Und deswegen hexen wir jetzt, bei uns einfach. Solange das geht, uns nicht regnet, hexen wir. Aber ich hab das auch am Anfang falsch gemacht. Ich hätte mit Cursplay den Fuß machen sollen. Ah, ne, ich hab Pika kein Cursplay drauf, ne? Oh, ne, muss ich ja so hexen. Ah, da krieg ich auch noch hin. Hier können wir, glaube ich, gleich einen Helfer da mal dran anstellen. Dass der uns das hier verkurbelt. Das soll wohl nicht das Problem werden. Hallo, kommt da nichts raus, nur was? Was ist das denn jetzt wieder für ein Schmuh? Wahrscheinlich können wir jetzt den Hänger leer machen, weil irgendwas wieder mit dem Hexler nicht stimmt. Echt, das ist zum Kotzen manchmal. Ach ja, Leute, so ist das, ne? Immer wieder was Neues. So, Opfort! So, schön hier dron. Oh, das passt schon. Ab zum Silo! Da müssen wir auch noch was tun, ne? Aber es läuft ganz gut. Die Wagen sind ja gar nicht schlecht, ne? Kannst du dich schön mit hexeln. Wir haben zwar noch den großen Wagen am Kuhstall stehen, aber... Da müsste ich einen Helfer einstellen. Muss mal gucken, wie wir das machen. Hier müssen wir ja auch noch hexeln. So, langsam geht's los, Freunde, dass viel zu tun ist, immer nebenher. Aber das ist ja auch ganz gut, wenn du nicht weißt, was du machen sollst, ist das ja auch langweilig. So, oppe fort. So, oppe fort. Einmal war ich hier schon, ne? Und diesmal muss ich aber von der anderen Seite reinfahren, ne? Muss halt auch noch verdichten. Da kommen wir auch gerade so rum, ne? Das war's schon. Gucken wir mal wieder zum Häxler. Tue wir gleich mit dem Truck verdichten. Oder wir nehmen den dicken hier. Zwischendurch muss er eh selber am Fenst fahren. So, los geht's. Können wir dann mal wieder zum Häxler. Mal gucken, was der für mal letzter hat, dass er das gerade nicht annehmen wollte. So. Oder es war noch nicht in dem Wachsstuhl. Ich hab keine Ahnung. Manchmal weiß man das nicht, warum das Spiel hier solche Scherze macht, die man nicht versteht. Oh, ne krasse Einfahrt hier, ne? Dann fliegen wir mal eben weiter zum Häxler. Mit dem Trecker ist das ja kein Problem. Jetzt zieht er wieder locker. Ihr merkt ja nicht mal, dass er einen Wagen hinter hat. Das Stück gehen aber so abhängen. Können wir den an die Seite stellen. Und weiter geht's in Text. Oh, Mann. Wir haben echt zu viele Maschinen. Boah, hat der da Gras drin, ne? Deswegen hatte der das nicht angenommen. Das ist jedes Mal, ne? Wenn der aus Versehen da irgendwas anderes reinkriegt, dann hat's vergessen. Und das war das Problem. Deswegen hat er den Hänger nicht weiter voll gemacht. Na ja. Easy peasy. Stellen wir den halt später an. Dann geht das auch schön hier beim Nachbarn durchs Gemüse. Und weiter geht's im Text. Mal gucken, wie viel hier noch von der Ecke rundherum. Denkst du 300.000 brauchen wir schon an GPS, wenn wir da überhaupt mit hinkommen. Und nicht sogar 400.000. Keine Ahnung, ey. So, und hier wieder rein. Bis wir ein bisschen mehr Platz an Vorgewände haben. Oh, der ist schon wieder voll. Gibt's ja gar nicht. Leute, Leute, da kommt aber auch ein bisschen was zusammen, ey. Ganz ehrlich. So. 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 ob fort ja das ist singleplayer häcksel ne na bist du ja echt nur am rumhüpfen was willst du machen als ich die map hier gestartet habe da ging gar nicht curseplay da ist sie zwar aufgegangen aber da war sofort das bild eingefroren deswegen kann man hier nicht mit curseplay spielen mit dem helfer ist ja auch immer so eine sache da kriegen wir so hin dauert halt ein bisschen länger aber geht auch sofern wir den hänger und den trecker nicht umschmeißen ist ja alles ok ne kümmert doch noch einmal ihn zum silo war auch gleich noch einen trecker zum verdichten ist halt ja ist halt ein zweiachser häckselwagen und da ins silo reinkommen das ist natürlich dann auch eine wissenschaft für sich muss man ja mal ganz ehrlich sagen also ich kann nicht so gut zweiachser rückwärts schieben und bin ich auch ganz ehrlich in der schnauze da kann ich das wohl aber nicht so und dann jedes mal da ist umhänger move das ist ja auch was für den hintern wenn wir mal ganz ehrlich sehen sehen ist unkraut in der luzerne so fein vor allem schön herum zirkeln den hänger muss ich auch mal verkaufen oder mein lkw mieten dass ich die mal beiseite stelle jetzt muss ich auch gleich jetzt verdichten wir haben die kann ich dran vorbei hier rein so recht nicht einfach zum glück kannst du ein bisschen im kreis fahren so leute dann sage ich erstmal dank fürs zugucken bis hierher wenn es euch gefallen hat dann lasst doch gerne ein däumchen da wenn ihr nichts mehr verpassen wollt würde ich mich echt über ein abo freuen und würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten folge wieder tschüss